Erst im Sommer dieses Jahres haben die Planungen begonnen. Anfang November soll bereits Baubeginn sein. Der Schützenhof in Jever wird ausgebaut. Um insgesamt 33 neue Zimmer. Das berichtete jetzt Hotelchef Stefan Eden, der das Projekt gemeinsam mit seinen beiden Kindern vorstellte. Ein Grund für den Ausbau ist vor allem die Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern. Denn oft sind viele Zimmer von einzelnen Geschäftskunden belegt. Und dann wird es schwierig, ganze Reisegruppen unterzubringen. Um hier noch enger mit Reiseveranstaltern zusammenzuarbeiten und mehr Angebote für ganze Reisegruppen bieten zu können, soll also die Zimmerzahl erweitert werden. Von 71 auf 103. Das beinhaltet 30 Doppelzimmer sowie drei Junior-Suiten. Dafür nimmt Eden 1,3 Millionen Euro in die Hand.